servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wenn ihr dieses video seht ist der early access von the war within schon unterwegs und das ganze addon sollte laufen beziehungsweise sollte am start sein allerdings gibt es noch einen kleinen und feinen und wichtigen hinweis blizzard hat kurz vor release des addons ein mythisch plus hotfix hochgespielt und damit mythisch plus dungeons beziehungsweise auch mythisch null dungeons für die zukunft enorm genervt das heißt enorm aber schon ein gutes stück das ist erstmal nur wichtig bis zu diesem elften würde ich sagen oder ab dem elften weil vorher noch keine mythisch dungeons verfügbar sind aber nichtsdestotrotz merkt euch das ganze mal es wird das gameplay im mythisch plus ein gutes stück vereinfachen jetzt am anfang ist es erstmal irrelevant weil wir erstmal nur normal und dann noch hc dungeons haben sobald mythisch null mit am start ist erinnert euch dran es wird die sache ein bisschen besser machen wir haben zum einen sehr jetzt sachen die sind in der beta gelandet die dann aber auch höchstwahrscheinlich ins main game übertragen werden tyrannisch der affix wird genervt um fünf prozent health bonus on bosses reduced to 25 also der bonus wenn tyrannisch aktiv war oder ist auf 30 oder von 30 auf 25 prozent genervt und das ist jetzt insofern interessant da mit the war in ja ab einem gewissen keystone level ab stufe 10 sowohl tyrannisch als auch verstärkt aktiv sein werden das heißt es gibt nicht mehr nur tyrannisch wochen und verstärkt wochen sondern es wird beides geben und dementsprechend je nachdem wie hoch ihr eure keys pusht werdet ihr immer von diesem nerve profitieren und ich denke ist eine ganz okaye sache der tyrannisch manchmal wirklich hart rein scheppert und wenn du jetzt überlegst weil nicht bei bestimmten bossen die feuer schon ordentlich weh getan haben guck mal was können wir jetzt mal was ist denn gerade ein gutes beispiel mir fällt jetzt nichts so gutes ein auf die schnelle aber ab einem gewissen keystone level schon ab 10er keys werdet ihr würde man oder wird man diese fünf prozent durchaus merken weil da reden wir dann von mehreren millionen hp die der boss dann weniger hat also das ist eine ganz gute geschichte plus zweiter nerf der schaden aller gegner in mythisch also auch mythisch null und mythisch plus dungeons um sieben prozent reduziert und das betrifft einmal ihr seht es hier wo was in alle diese dungeons die hier sind und dann auf mythisch null verfügbar sein werden genauso wie dann bei aktuelle saison da haben wir dann zum beispiel aus shadowlands nekrotische schneise wieder am start also sowohl die normalen war was in dungeons auf mythisch als auch dann die im plus dungeons machen alle gegner mobs sowie bosse sieben prozent weniger schaden auch das eine ganz gute geschichte kommt definitiv weniger schaden rein und in manchen dungeons knallt es halt auch so schon ganz gut von daher ist dieser nerf vielleicht nicht so verkehrt damit danke euch fürs zusehen sollte es dazu noch mehr news und updates geben werde ich euch natürlich auf den laufenden hallen also sehr gerne den kanal abonnieren wenn ihr dazu nichts verpassen wollt und wenn ihr mir helfen wollt das ziel für dieses addon die 26 bis 27.000 abos zu knacken wir stapeln mal jetzt sehr hoch ich wäre euch sehr sehr dankbar verneige mich an dieser stelle schon mal und würde sagen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video habt ihr